einen fettnl gemeldet die groß von mir auch mal vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen video von bo3 woe to scuff master mittlerweile das dritte und ja ich bin wieder in fraktur unterwegs mit der main award diesmal auf stronghold und den guten wie heißt er noch mal rieper oder der roboter heißt reaper und shit mit der psychose ja gerade gesagt ich war gerade ein bisschen mit den namen durcheinander gekommen so den habe ich rutsch mein punkt okay hier ist noch einer gerade so die gegner 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 da sich fast angehört wie er zu die vorfalls wenn er eine geschichte erzählt schüsse lol und dann geht jetzt die fraktur weg aller ihr wollt mich doch ihr wollt mich doch verarschen ja wie sie mich jagen alter da kannst du dir abschminken mein freund so leicht nicht hier nicht mit mir ich bin gerade davon ausgegangen dass ich hitzewelle noch dabei habe aber hat eigentlich doch ganz gut funktioniert ein bisschen für ablenkung gesorgt hatte ist ja wohl nur ein assist hör mal auf mich hier die kreuz zu klauen da hat mir schon zwei kreuz gesteilt der sack innerhalb kürzester zeit das kann ich nicht gut heißen nein und dann tötet er mich da ja jetzt hat er natürlich hatte doch noch nicht ein bisschen hat er gepunktet so die hole ich mir aber wieder mein freund so nicht nein da habe ich meine punkte wieder verloren oh die werde 100 pro aufsammeln oh schüsse da wurden glaube ich gerade meine punkte abgeliefert für die gegner von der zahl auf jeden fall lol und dann tötete ich den mit dem letzten schuss no scope ah die kriege ich da gerade nicht oder nochmal gucken Achtung feindliche Konterdrohne nein nein scheiße fast hätte es funktioniert es hätte auch funktioniert wenn er nicht die hitzewelle aktiviert hätte ist er weggerannt ich glaube der ist echt weggerannt war feindliche drohne gesicht was ein schiessthase jawohl da hat man gerade den scuff in action gesehen Achtung feindliche Konterdrohne da wollte ich mich gar nicht hin hocken ich hatte da schritte gehört aber die waren von Kollegen feindliche Vorräte über uns das ist soo Achtung feindliche Drohne näher sich Alter 6 zu 36 wir müssen mal ein bisschen ich habe 13 kills aber das ding ist ich konnte die nicht abliefern und das ist halt das was punkte gibt feindliche jawohl und dann töte er mich instant Mann was fliegt denn da schon wieder alles oben Alter wie viel hält so eine Konterdrohne aus ok Achtung feindliche Vorräte tschüss Eigentlich ist das perfekt zum abliefern die Psychose wenn da erstmal den richtigen rauszufinden wenn du einfach nur durchläufst weil sobald du stehen bleibst und schießt ist natürlich klar dass du der Spieler bist dann aber wenn du einfach nur läufst da ist ein Geschütz das habe ich am eigenen Leib erfahren so nicht damit das können wir hier nicht gebrauchen mhm ich habe nur einen Punkt eigentlich lohnt sich das nicht abzuliefern aber ich mache einfach mal zack ok keiner kommt nein da war ich oh da habe ich richtig schlecht gezielt den hätte ich eigentlich töten müssen weg mein scuff wäre es auch möglich gewesen aber scheiß da habe ich nicht getroffen da habe ich noch abhauen ich habe dann sogar selbst nach links ausgewichen ähm ähm da möchte ich jetzt eigentlich nicht hoch sprengen so psychose hat funktioniert die Bank gesprengt das auch hat das noch aufzuholen machbar ja aber hart feindlicher feindlicher Geist unterwegs oh ich dachte der Typ saß oben drin und jetzt haben die noch einen Geist ey ja tschüss 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 irgendjemand hatte doch einen Raketenwerfer mit ich will sich mal um den Geist kümmern feindliche Drohne gesichtet ja komm ich raus und werd direkt abgeballert was soll ich da denn machen Achtung feindliche Konterdrohne ist aktiv Achtung feindliche Drohne nähert sich nein da liegen so viele Punkte da liegen so viele Punkte Lass mich doch in Ruhe jetzt Mann das war so klar dass er mich wieder abballert Achtung feindliche Vorräte von oben ich will meine Punkte haben er hat sie er hat sie bestimmt ok hat er doch nicht wo sind denn jetzt alle hin Faktur wurde verlegt sind die alle weg jawohl zerstört lo 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 du hörst mal auf hier mit abliefern ich machs für dich weiter ja nicht nachlassen wir hätten vorher so durchziehen müssen wir haben jetzt in so kurzer Zeit so viele Punkte gemacht so hätten wir von Anfang an oh von Anfang an spielen müssen dann hätten wir eine Chance gehabt aber lol und dann snapt uns beide in einer Linie weg naja diesmal eine Niederlage schade 27 20 naja 27 Kills ohne Punkte sind ist eigentlich schon nicht schlecht naja 20 Tode könnte man weniger haben aber ich spiele den Modus halt hart auf Objective also auf die Punkte da auf die äh wie heißen die überhaupt die Fraktur Kristall Dinger ja irgendwie so äh Fraktur ist ja das Ding wo man die abliefert aber ich hab keine Ahnung wie die Punkte selbst heißen Daten Daten ja stimmt das sind einfach nur Daten oder Datei irgendwie sowas Datei oder Daten ist ja eigentlich das gleiche ne ja gut ähm dann verabschiede ich mich hier für dieses Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann würde ich mich sehr über einen Like freuen und natürlich auch selber ein Abo falls ihr uns mögt aber uns noch nicht auf die 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 dann verabschiede ich mich hier mal bevor ich noch mehr Bullshit laber aber komm die Kiste machen wir doch auf gib mir was gutes tschüss ein Gorgon Griff ok ich spiel in dem Spiel nicht mit einer LMG besonders nicht mit der Gorgon und dann kriege ich den Brandfackel Skin für die Black Cell für den scheiß Raketenwerfer alter ok ich bin raus tschüss tschüss